A1.2. Der Kerzenhalter soll aus Marmor gefertigt werden. Ein Kubikzentimeter des verwendeten Marmor hat eine Masse von 2,7 Gramm. Berechnen Sie die Masse des Kerzenhalters, runden Sie auf ganze Gramm. Ganz wichtig, bei solchen Aufgaben, die ist nicht schwer, aber hier heißt oftmals berunden Sie noch etwas Spezielles. Also wir müssen darauf achten, auf wie viele Stellen gerundet werden soll. So, hier heißt es, berechnen Sie die Masse. Wir haben 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter. Also müssen wir uns nochmal in der Aufgabe drüber nachschauen, wie viele Kubikzentimeter haben wir insgesamt und müssen die mit in 2,7 multiplizieren. Ich nehme immer das Zwischenergebnis des Angegebenes, also die 141,21. So, mal die 2,7 Gramm, ja ich schreibe es gleich hinten dran, ist gleich, das wir in den Taschenrechner eingeben, 381 Gramm. Ja, auf ganze Gramm gerunden, also keine Nachkommastelle und damit wäre eigentlich die Aufgabe auch später gelöst.